Ja, der Landesvorsitzende der Basis, Herr Baum, rechnet tatsächlich mit weit über fünf Prozent, hat er in einem Interview geäußert. Ja, das kann hoffentlich stimmen. Einerseits wäre es ja positiv, denn wir rufen ja auch dazu auf, die Basis zu wählen. Das könnte aber auch den negativen Effekt haben, dass man dann denkt, man könnte irgendwas wirklich in diesem Lande erreichen, wenn man über fünf Prozent ist, ohne kompetente Reformen. Also das heißt, die Basis könnte das missverstehen, als dann, dass sie wirklich eine Chance hätte. Denn irgendwann werden nämlich alle Wähler die Frage stellen, kommt denn irgendwas Kompetentes zustande als Ergebnis? Und Herr Baum ist ja, habe ich erlebt in dem Telefongespräch und in der Sendung, wo ich eingeladen war, eher so als jemanden, der vertraut darauf, dass die Laien-Experten und die Amateur-Experten das tolle Ergebnis bringen werden. Also ich fürchte, die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Wirklich die Probleme unseres Landes zu lösen, ist die schwierigste Arbeit überhaupt gewesen. Dafür haben unsere Professoren 52 Jahre gebraucht, sozusagen. Und von daher ist das eigentlich wirklich Konstruktives für unser Land, ist nur durch die kompetentesten von allen zu erreichen und eben nicht durch die inkompetentesten von allen. Aber gut, das wird man sehen. Also wäre ja schön, wenn die Basis wirklich über fünf Prozent kommen würde. Es kann aber auch sein, dass das natürlich ein totaler Realitätsverlust ist. Denn ich weiß ja nicht, ob man wie die Next Scientists for Future, die da sozusagen sich eine simulierte Bundestagswahl haben durchführen lassen, wo sie dann 56 Prozent der Wählerstimmen erhielten. Ich weiß nicht, ob die Umfragen, ob das Umfragen waren oder eine seriöse, von einem Top-Institut durchgeführte simulierte Bundestagswahl. Ja, das ist eben die Frage, denn die Frage ist halt wirklich, wenn man einfach auf der Straße tausend Leute aufgreift. Mir hat das auch ein Parteimitglied mal gesagt, wenn ich die Leute frage, ob sie unsere Partei kennen, dann sagen fast jeder, den ich anspreche, sagt, der hat noch nie was von uns gehört. Also von daher kann ich, es ist schwierig, wie man das gemacht hat, aber es ist ja vielleicht auch denkbar, dass dann wirklich über fünf Prozent auch in einer simulierten Bundestagswahl das sagen würden. Aber das wäre ja dann schön. Ich hoffe nur, dass dann trotzdem die Basis den Weg zu den Next Scientists for Future findet. Ansonsten gilt ab Sonntag, wenn es nämlich doch so ist, wie unsere Vorhersage war ja, sozusagen, wir haben ja prognostiziert zwischen 1,8 und 4,9 Prozent für die Basis. Ja, aber mal sehen. Ja, und dann die andere Nachricht des Tages. Ich habe gerade vorhin mit dem Büro der Landeswahlleiterin Baden-Württemberg gesprochen und der Mitarbeiter, dem war also das Problem, die Frage, ob wir 2020 eine illegale Partei sein, EU, wir 2020 EU im Unterschied zu DE, eventuell EU eine illegale Fraktion dieser Partei sein könnte und ob da vielleicht die Landeswahlleitung getäuscht worden sein könnte. Ich habe nur noch mal, ich habe dann also eben erzählt davon, dass auch wir durch illegale Handlungen wie den Verleumdungshetzschrift beschädigt wurden oder angegriffen wurden durch zwei Landesvorstandsmitglieder und ein weiteres Parteimitglied und das alles wahrscheinlich mit Billigung des Bundesvorstandes. Und damit sozusagen, aber der, ja, war ein sehr nettes Gespräch und der Herr von der Landeswahlleitung, wir waren uns wohl so einig, schmunzelnd sozusagen, beide wohl im Hintergrund einig. Ich habe das natürlich nicht offen formuliert, aber dass sich sowieso, wir 2020 mit einem nicht vorhandenen Wahlerfolg dann sowieso Geschichte ist und die Sache sich damit dann sowieso erledigt hat von vornherein. Ja, und dass es da dann wahrscheinlich noch nicht mal mehr weiterer Prüfungen bedarf, denn wenn die Partei weg ist, ist sie weg und keine Stimmen bekommt, dann ist es sowieso erledigt. Ja, also noch mal, alle Stimmen auf die Basis, eben wegen dieser vielen, der Zweifel an der Legalität des Verhaltens und dieser Splitterung, wir 2020 EU. Ja, und ja, und ab Sonntag werden wir dann Kontakt aufnehmen mit allen Kleinparteien, die sich jetzt schon für die Wahl vorbereiten in Sachsen-Anhalt. Dort haben wir ein Riesenproblem. Dort sind die AfD und die NBPD sehr stark traditionell und werden wahrscheinlich viele Corona-Kritiker sozusagen wahlstimmenmäßig abgreifen, sodass dann dort für die Basis nur ganz wenige Stimmen übrig bleiben. Ja, das wird sehr schwierig, aber trotzdem, das Problem ist ja, dass generell die Wahlen zusammengelegt worden sind. Warum zum Beispiel Landtagswahl Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nicht in einem Wochenabstand oder in zwei Wochenabstand oder drei Wochenabstand? Ich glaube, ich fürchte, dass das eigentliche Geheimnis dahinter ist, dass eben dann sich ja eine Neupartei hocharbeiten könnte. Ja, bei der ersten Landtagswahl 5 Prozent, bei der nächsten Landtagswahl 10 Prozent, bei der nächsten Landtagswahl 15 Prozent und irgendwann vielleicht sogar ausreichend viele 28 Prozent von unseren 56 Prozent. Und so dadurch, dass die Wahlen immer mehrere Wahlen zusammengelegt sind an einem Termin, hat natürlich eine Neupartei ganz schlechte Chancen, sich hocharbeiten zu können, weil es ja nur wenige Wahlen gibt. Hätte man die ganzen Wahlen jetzt alle im drei Wochenabstand gelegt, dann wäre die Chance, dass eine Partei mit uns als Partner auf 56 Prozent kommen könnte, wäre natürlich sehr groß. Aber dadurch, dass die Wahlen zusammengelegt sind, wird es natürlich extrem schwierig für jede Neupartei, sich überhaupt hocharbeiten zu können. Gut, aber mal sehen. Ja, und dann die anderen Parteien, wir werden die Basis als Next Scientist for Future ansprechen. Die anderen Parteien, die sich zum Corona-Thema eben nicht äußern, werden wir sie als der Weltrat der Weisen ansprechen. Denn der Weltrat enthält sich ja sowohl zum Klima als auch zu Corona als auch zu irgendwelchen anderen Reizthemen und bleibt immer völlig neutral gegenüber allen Reizthemen und konzentriert sich nur auf das Reformieren. Und nur die Next Scientist for Future äußern sich ja überhaupt über Reizthemen. Ja, also ich bin mal gespannt, ob die Basis eben recht hat, dass sie wirklich fünf Prozent kriegen könnte. Das wäre doch immerhin schon mal was. Denn ja, dann, dann, ich hatte ja auch schon sehr viele, sehr gute Gespräche mit die Basismitgliedern und so weiter. Mal gucken, vielleicht geht da doch was. Aber das größte Problem wird sein, sozusagen die Tendenz bei die Basis, ja, die Proletarier, die sind die einst die Guten. Und die werden das Land retten und die bringen dann auch die Reformierung des Landes in die richtige Richtung. Während unsere Sichtweise eher ist, nur die Intelligentesten der Intelligentesten und zwar nur der Weltrat der Weisen, die Next Scientist for Future, verfügen über ausreichende Kompetenz, um auch die Wähler begeistern zu können. Und das hat sich ja gezeigt, spätestens, also deswegen, man braucht ja eigentlich nur mal hier drauf gehen, hier. Wo ist es? Na, ich gehe jetzt mal hier hin. Ja, sie brauchen ja eigentlich nur hier drauf gehen. Dann haben sie hier, äh, dann können sie hier unten gleich, ja, ich überlege gerade, wo finden sie denn alles zu dieser, ähm, diese, ah ja, da sind die Petitionen. Sie brauchen also, sie sehen, sie brauchen nur den Live-Ticker ein bisschen runter zu ziehen. Dann können sie hier die beiden Petitionen anklicken und dann sehen sie den riesigen Unterschied. Hier sozusagen Laien-Experten oder Amateur-Experten erstellen ein Reformkonzept für die Gesundheitsreform. Und hier der Next Scientist for Future Variante und dann sehen sie, wenn sie sich das durchlesen, sehen sie den riesen, wenn sie das anklicken und durchlesen und die ganzen Kommentare lesen und so weiter, haben sie auch, auch großen Teils hier die Kommentare. Dann sehen sie den riesen Unterschied, dass eben sozusagen die WählerInnen auf richtige Kompetenz, ja, ungefähr 10-fach positiver bis hin zu, ja, 30-fach positiver reagieren als auf Amateure, Amateurexperten, Laien-Experten oder Proletariat-Experten. Ja, ich muss darum Entschuldigung bitten. Meine Erfahrung hat mich da zum durchaus elitär orientierten Denker gebracht und ich glaube auch, dass die meisten Bürger wollen von der Elite des Denkens regiert werden und nicht von den Amateuren, den Laien und den Proletariern des Denkens. Und das Merkwürdige ist, dass Dr. Baum meines Wissens ja irgendwie Doktor ist und trotzdem eher auf die Laien, die Amateure und die Proletarier im Prinzip setzt sozusagen und deren Schwarmintelligenz. Ja, ich fürchte, also spätestens an diesem Punkt wird dann die Partei scheitern, auch wenn sie jetzt vielleicht über 5 Prozent kommt, aber dann gibt es ja noch viele Möglichkeiten, das Gespräch zu suchen. Und ja, und dann eben sozusagen. Und ich verweise nochmal auf unsere letzte Talkshow, also auf unserem Sender Next Scientist for Future, auseinandergeschrieben mit Leerzeichen dazwischen. Finden Sie ja die letzte Talkshow, erkennen Sie auch an den Bildern der Talkenden sozusagen. Und da finden Sie das Fundament einer echt basisdemokratischen Partei, was die Basis noch nicht erreicht hat. Also leider ist die Basis aus meiner Sicht noch keine basisdemokratische Partei. Ich hoffe, sie wird noch dazu. Und da steht dann der Fahrplan drin, nämlich unsere fünfschrittige Machtbegrenzungskette und Demokratisierungskette in fünf Schritten. Unter anderem ja auch mit der einen Inspiration, die auf David Claudio Sieber zurückging. Ja, das war es schon wieder für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi!